So, ich habe jetzt eine Bildkarte geholt. Mal gucken, ob der uns hier einen Pass ausstempeln könnte. Anfrage auf Visitenkarte von Hanagons offiziellen Lakai. Okay, ich denke mal, der ist jetzt der richtige. Ja, okay, gut, das war nicht der richtige. Verdammt, aber ich denke mal, dann ist es der hier. Gucken wir nochmal. Nein, können wir nicht. Ach, verdammt nochmal. Abwechslung haben wir jetzt schon mal Anfang. Das war der zweite hier. Keine Ahnung, warum. Wirklich nicht. Ich klicke hier einfach nur durch ab jetzt. Das ist, es ist zu warm, um zu denken. Ach, Gottes Willen, ich probiere es mal hier unten nochmal, vielleicht. Das ist ja dann... Das macht mich ja verrückt. Gut, dann muss es der hier sein. Genau. So wie ich das Spiel kenne, werden sie mich jetzt bestimmt nach ganz unten schicken. Hundertprozentig. Aber um das abzuchecken, werden wir natürlich hier oben nochmal ganz kurz gucken. Natürlich ist es... Ich hatte recht. Na, nee, nicht ganz. Verdammt, denn es ist der da oben. Okay. Dann haben sie mich nicht ganz nach unten geschickt. Nein. Machen sie bestimmt beim nächsten Mal. Gesetzliche Zulassung. Yay. Nochmal hier kurz checken. Ah. Dankeschön. Dann kommt der hier. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich schätze mal, jetzt muss ich nach oben. Ja. Dann haben wir das schon mal. Alter, Alter. Jetzt können wir endlich... Nach da ganz unten links, glaube ich. War das ganz unten links? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Also die beiden haben wir schon abgefrühstückt. Jetzt bestimmt der hier nur noch. Genau. Und dann dürften wir endlich dieses... Ich weiß nicht mehr, was wir hier unterschrieben ist, Zertifikat haben für den hier, ja? Heidewitzka. Das... Zertifikat der... Zertifikat der... Zertifikat. Ich habe fast verrascht. Heidewitzka. Heidewitzka. Und dann kommt der hier... Zertifikat. Ich bin froh. Ich gebe Bohnbreker. Danke für dieses nette... Was macht das denn, Knobre hier? Nö, dieses... Erlaubt es mir... Yeah. So, freut ihr euch genauso doll wie ich auf diese kleinen Jump-and-Run-Einlagen, die jetzt folgt? Ich hoffe es. Heidewitzka. Das kann was werden. Wir sollten hier erst mal alle töten. Sonst werden die uns echt zum Tode nerven, glaube ich. Ich glaube, ich habe das falsche Pad dafür ausgerüstet. Aber... Ich bin nicht ganz sicher. Okay, gut. Okay. Ja, das war es. Geil. Ey, ganz ehrlich, dieses scheiß Spiel gerade, ey. Es scheint mal Spaß wieder. Ja. So, hoffentlich klappt das jetzt mal ein bisschen besser hier. Das wäre natürlich Wunder, wie was von schön. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier einmal durchkommen. Wie ich mich kenne, wird das bestimmt ein unglaublicher Spaß werden. Oh Gott. Das ist fies hier oben. Richtig, richtig fies. Wir müssen jetzt richtig, richtig aufpassen. Und wenn man uns nicht sowas da flankieren kann. Oh Gott. Regenerier schneller deine Energie, Kumpel. Da oben ist einer. Was? Du hast ihn verfehlt? Bist du dumm oder was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Wir strauen uns mal ein Stück nach vorne. Töte sie. Da, die. Genau. Perfekt. Sehr schön. Ich habe ganz große Angst gerade. Die hier kommt direkt auf uns zu. Oh Gott. Um Gottes Willen. Danke. Froschi, da oben noch eine. Komm. Hol sie dir. Jawohl. Und jetzt nach unten noch eine. Da, die da. Die direkt auf uns zukommt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hey, das ist mein Hahn. Okay, perfekt. Wir müssen bloß noch diese unglaublich beschissenen Sprünge hier schaffen. Oh Mann. So Leute, ich würde sagen, wir benutzen einfach mal Trick 17, indem wir uns einfach mal, ich hoffe, dass es überhaupt funktioniert, ehrlich gesagt, weil bei dem Spiel weiß man nie. Genau, jetzt springen wir einmal rüber und dann, so. So, eigentlich, theoretisch müssten wir jetzt vollkommen immun sein gegen jegliche. Außer ich mache so eine Scheiße. Mein Gott, Alter, das ist das fünfte Mal, dass ich hier verlinke, ey. Oh Gott, es kotzt mich an.